Das Wichtigste, was uns Mythen lehren, ist, dass wir über das, was wir für die Grenzen unserer Möglichkeiten haben, hinausgehen sollten. Joseph Campbell gilt als einer der bedeutendsten Mythenforscher überhaupt. Er analysierte all unsere Märchen und Geschichten. Und entdeckte eine Geschichte, mit der sich jeder, egal woher, identifiziert kann. Er nannte sie Heldenreise. Alle Helden, alle Schurken, alle Götter entstehen hier drin. Die Figuren in Filmen und Romanen sind von uns nicht losgelöst. Das sind wir. Es ist eine Reise. Wenn diese Heldenreise nun so unkompliziert ist, warum lebt dann nicht jeder danach? Das ist schwer in unserer Überflussgesellschaft. Da bleibt nicht viel Raum für Kreativität. Man steckt in einer Tretmühle, aus der man nicht rauskommt. Wir sind unser größtes Hindernis. Was den Menschen gefangen hält, sind seine Ängste. Joseph Campbells Drachen. Angst ist ein Monster. Ich werde nie vergessen, wie ich die Rampe sah und plötzlich war Angst überfältigt. Auf ein unbefriedigendes Leben folgt ein erfülltes, wenn man sich durch seine Ängste hindurchkämpft. Menschen wachen genau dann auf und werden zu Helden ihres eigenen Lebens, wenn sie es satt haben, Opfer zu sein. Dass wir unser größtes Selbst noch finden, das ist es, was Sinn macht. Was wir mit unserem Leben anfangen, macht uns zu helfen. Als ich sah, was man mit diesem Skateboard anstellen konnte, wollte ich nur noch fliegen. Wenn wir unserer Freude folgen, passiert etwas Magisches, das wir uns gar nicht vorstellen konnten. Zu irgendwas, was dieses Erlebnis in dir auslöst. Dann kannst du das Unmögliche erreichen. Auch mit Campbells Worten, wenn wir unsere Angst überwinden, können wir alle Helden sein. Auch mit Campbells Worten, wenn wir unsere Angst überwinden, können wir alle Helden sein. Vielen Dank. Vielen Dank.